Ist euch eigentlich klar, was ihr hier für eine Scheiße verzapft habt? Euer Befehl lautete dort einzudringen, euren Auftrag zu erfüllen und unabhängig zu verschwenden. Wir sind aufgeflogen. Wir mussten zwingend handeln. Und Sie dachten, mit einem Panzer durch halb Sarajevo zu donnern wäre geistreich? Ja, Sir, dachte ich. Sehe ich aus wie ein Volltrottel? Ja, nein, Sir. Nein. Unsere Mission hier ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Gerüchten zufolge sollen während des Zweiten Weltkriegs die Nazis den Franzosen der beträchtlichen Menge Gold gestohlen haben. Die Einwohner fluteten das Dorf, um sie aufzuhalten. Jetzt liegt es auf dem Grund eines Sees. Na, was sagt ihr, Jungs? Hurra! Ist euch klar, worüber wir hier reden? Wir wollen 300 Millionen Dollar in Goldbarrenbergen, die niemand mehr gesehen hat seit 50 Jahren. Wir reden hier von einer überaus illegalen Operation. In über 40 Metern Tiefe. Mitten in feindlichem Territorium. Das ist die Chance, etwas Außergewöhnliches zu tun für die Menschen dieses Landes. Scheiße, ja. Wie es scheint, sind euch serbische Kopfgeldjäger auf den Fersen, die euch enteiern wollen. Wir kämpfen hier nicht viel. Schon okay, ich nehme mich auch nicht. Ihr wisst schon, dass ihr euren Eid gebrochen habt. Da, wo ich bin, raffelt zum Kartoffen. Gut, festhalten! Alter, los, los! Ich hätte nur noch einen Schlüpper anziehen sollen. Wir haben einen Panzer vor uns. Und von hinten kommt auch noch einer. Dann nehmen wir eine Abkürzung.